Alles ist gut. Ladybug hat mich geschickt, um euch hier rauszuholen, bevor ich ihr helfe, Stylequeen zu besiegen. Kauki? Voyage! Dutsu! Wow, Marinette, das war eine tolle Idee. Danke. Tiki, verwandle mich! Bleib hier, ich komm zurück, wenn wir die Superschurkin besiegt haben. Es wird nicht leicht, wieder in diesen Turm zu kommen. Dann ab nach Hause. Nein, noch nicht. Black, verwandle mich! Gut gemacht. Das war vielleicht eine Mission, oder, Kauki? Und wir haben sie mit Bravour gemeistert. Nur damit ich's weiß, wie oft hast du deine Kraft benutzt? Naja, ein paar Mal hab ich sie schon eingesetzt. Die ganzen Teleportationen haben sicher viele Katastrophen ausgelöst. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Tiki, Haulim, vereint euch! Sehr gute Arbeit, Rina. Carapace? Man kann doch nie genug Hilfe haben, oder? Du hast recht. Carapace wird hilfreich sein. Glücksbringer! Seltsam. Ich glaube, ich kann Style Queen ohne meinen Glücksbringer besiegen. Naja, die Hauptsache ist, dass wir sie besiegen. Egal wie. Beende deine Illusion. Du willst also Verstecken spielen, Ladybug? Realität. Carapace, du musst mich beschützen. Alles klar. Du kannst auf mich zählen. Keine Sorge. Ich werde Style Queen nichts verraten, Ladybug. Ich werde dich beschützen. Denn nichts soll dich heute davon abhalten zu gewinnen. Betäubung! Schutzschild! Was? Schutzschild weg! Trennt euch! Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akuma. Gleich musst du nicht mehr böse sein! Hab dich! Tschüss, kleiner Schmetterling. Ladybug? Kataklysmus! Lächerlich. Äußerst lächerlich.